Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich Willkommen zur 584. Folge vom Let's Play am 7.2 der Anibus-Emulator mit mir, auch Jürgen Wieser. Ich heiße euch alle herzlich Willkommen von der Teamwoche auf der Karte Wandendorff in der Version 3.00. Diesmal fahren wir die Linie 7. Sie führt uns von Borkenberg nahe zum Rathaus. Fahrzeit dauert um die 20 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Citra S215 OL Matrix Radkappen-Automatik. Wir fahren im VVR wie Payt. Jetzt mit der Stuttgart, es regnet, wir fahren das Auto direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wir machen gute Unterhaltung. Wir fahren natürlich wieder mit einem ZF-Getriebe. Am Fahrt. Nächste Reitestelle Seniorenzentrum. Einmal Großbereich bitte. Einmal Großbereich. Sie sollten mal die Heizung anmachen. Hallo. 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 Mein Name ist Ulrich, ich bin heute geschätzter Amtlosfahrer und wer ist sich sicher an Farbsamtflüchtern, da sie ignoriert schon mal gut auf dem Gleiten. Falls welche Fragen von Ulrich haben, kannst du gerne jederzeit zum Ende vorne kommen. Es wird sich in der Amtlosfahrung jederzeit zur Verfügung. Nächste Haltestelle, am Südland. Aber nimm bitte den F60 von der nötigen Frage. Ist das kalt? Ich weiß was warm und wärmeres, wenn es zu kalt ist. Heißig läuft schon. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause, ich hoffe euch einer draußen geteilt. Gut, wir können jetzt auch besprechen. Gut, kann ich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei... Bei 502 Abonnenten hatten wir eine Aufrufzahl von knapp an die 164.100 Aufrufe. Also YouTube hat sie ja aktualisiert. Mein Name ist gleich dafür, wer bei jedem einzelnen von euch nämlich kostenlos verportet. bei 503 встреч. Wie soll ich auch wissen? Wie soll ich heute kommen? Wie soll ich denn hier sind denn hier? Das ist wirklich ein Versuch. Ich möchte alle von euch aufrufen, wenn ich ja noch nehm stehe in die 164.100 Aufruf. Wie soll ich drin sein? Wie soll ich denn hier sind? Ich weiß nicht. Ich muss mich mal weg. Ich muss mich mal weg. Ich muss mich an die 165开 fazem. Ich muss mich mal weg und nicht erinnern. Ich muss mich mal weg. Ich muss mich mal zur Verfügung. Nächster Haltestellgang am Faserleuchten. Hier schnitt man sich ja die Füße ab. Jetzt kann ich natürlich auch schon ganz gut vor der Pulle. Das Haus hat der Wald bisher aber gehört. 2. Rühne zu zweit. Nächste Haltestelle, Vistag. Hallo. Hi. Hi. Ja, heute Morgen war ich live gewesen auf Twitch. Auf Twitch habe ich einen Reloant-Listream gemacht. Ich habe auch insgesamt drei neue Follower gemacht innerhalb von einem Tag, also in den letzten 24 Stunden. Jetzt stehe ich schon bei neuen Followern. Moin. Moin. Aber gerne. Hast du die Eppchen? Moin. Heiß noch, mein Lieber? Grüß Gott, mein Lieber. Nicht ran, kommen da weg. Na ja, ich weiß nicht, ich kann mir jetzt in den letzten Wochen, dass ich das nicht so brauche. Ja. Ja. Und dann ist die Knie drin, eins zu sehen, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Bleibt alle gesund, Bautchemist und bis zum nächsten Mal. Euer Adi und Isa. Tschüss.